und willkommen zurück ja weil im erz ich habe gerade uns schiss gesagt dann soll ich schon wieder zurück weil ich diese Map nicht weil ich diese Map auf einen Rutsch durchspiele nicht unbedingt weil ich die Map auf einen Rutsch durchspielen will und zwar weil ich es nicht für die Map auf einen Rutsch durchspielen damit Teleport ich erwarte uns wo bist du? ah ja du warst das verdammte brennete Freaking Wizzerskelett auf du mit den verdammt unsichtbaren Dimension Kopf Monster ich mach erstmal deine Monster Fies abladen die übrigens wenn ich das so richtig sehe eigentlich verdammte ich könnte es tragen für Zombie unsichtbare Zombies mit Goldschrafen zu was was Hallo Dungs drüben bin ich drüben bin ich das wird mein Stress nicht mehr gepackt ich kann sich hier wieder achte mal keine Kürbis mehr und jetzt verbrennen und jetzt verbrenne du 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 und du du w Ich habe noch ein neues Schwert, auch wenn es im Prinzip dasselbe ist, aber dieses hier ist 100% kaputt und angekrankt. Das sind alles andere, was ich habe und wie halb kaputt ist. Und ich warte irgendwie gerade darauf, dass mein Helm kaputt geht und meine Hose. Aber meine Hose ist unzerstörbar. Ich tausche die einfach mal gegen frische Klamotten aus. Eine frische Hose ist immer gut. Gib mir deine Klamotten. Ich brauche was zum anziehen. Wir haben den Klamotten. Oh nein, 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 nein. Ich tu. Nicht du schon wieder. Nicht du schon wieder. Nicht du schon wieder. Nicht du schon wieder. Ah, ich st... Ja, 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 ja. Ich bin gestorben. Es ist doch immer wieder überraschend, wie schnell er stürmt. Dann doch wieder lebt. Tja, ich habe halt das... Macht ewig lebens. Dazu muss man nur das Minecraft-Ende verstehen. Den verstehen. Oh nein, 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 kein Spawn-Killing hier! Wow! Das ist ein Text im Moment. Oh, das ist ein Text im Moment. Oh! Oh! Ah! Das war's für heute. Das war's für heute. Äh, Spiel. Nicht schon wieder sowas wie beim Skelettkönig. Endlich. Das war's für heute. Ich... Okay, ich will... Das in die Kiste tun. Das hier in die Kiste tun. Das hier in die Kiste tun. Das... Das muss weg, das muss weg. Das ist recht weg. Das... 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 Das hier in die Kiste tun. 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 Okay, du bist drüber. Das ist verdammt stark. Das weiß ich jetzt. Und deshalb werde ich euch schnell ein Stück geschlagen. K K K K K Sie nutzen es aus, dass sie zu dritt sind und ballern mich wie durch die Gegend wie ein Stein! Warte mal, ein Stein kriegt aber nicht so leicht durch die Gegend ballern! Fresst meine Super-GIGA! Mega-Flare-Schlag-Dings-Punkts-Ultima-Soßen! K Käsekuchen! Das war das Wichtigste! Äh, heh Auf, wie ein Headshots! Okay, ich bin so gut wie tot! Du musst dich nicht weiter bemühen! Nein! Rrrrrrrrrr! Verdammt! Er nutzt Hex! Wieso nutzen alle auf dieser Gottverdammten Map Hex? Immerhin! Für einmal dachte ich, er wollte mich in den Kabin schießen! Ein Tänzchen gefällig! Kleiner! Dann spüre die Macht meiner Klingentanzattacke! Klingentanzattacke! Klingentallente Sch 했습니다! Überall Gutes verdammte es geht das und das ist doch einfach ich wünschte ich hätte ich wünschte ich würde für einen guten alten Kumpel in den Koman mitnehmen und der wurde vermutlich durchdreht diese Gestalt das ist ein du hast ein Schwert durfte man davon aussehen dass die Gegner warst oder ja das war ein Gegner jetzt das ist ich kann mir die Lüge ansehen Das ist doch besser als was. Es muss weg. Okay, wo ist es? Dieser Kleine. Die ganze Zeit hat er sich nicht gezeigt. Und jetzt? Ich einwandte unachtsam. Das war ja wieder klar. Verfluchte Finsternis, ich find nichts. Ich kann jetzt einen Schuh, den ich sehr gut gebrauchen kann. Mein Helm ist kaputt. Ich kann jetzt das bei der Sitz. Scheiße, da kommt was. Oh nein, 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 das ist nicht schon wieder. Ich hasche sie. Scheiße, ich hab wieder angeguckt. Ich hab wieder angeguckt. Scheiße. Das klang wie ein angezogener Fuhr. Entschuldigung, aber. Okay, ich mach's wie in dem Label. Was das hier auch ist. Ein Plattenspieler. Ich will, dass der andere schon von sich aus dem Geist auf den Ball hat. Wieso hab ich das dringend mit der Öffnestin, der Tür zuzulassen? Ich mein, der kommt nur hinten durch. Hallo, Jungs. Tschüss, Jungs. Ja, der ist halt mal die Frau. Alter, ich hab das dringend. Ich hab auch immer das dringend. Aber ich halte das dringend mit der Verschmeldung. Aber ich halte das dringend mit der Verschmeldung. Hier ist nichts drin. Hier ist auch nichts drin. warte mal dass hier das war oh mein gott tut mir leid tut mir leid tut mir leid aber ich muss ich habe den typen 4 ich kann hier gar nichts erkennen wenn ich irgendwelche Türen oder was verpasse dann wisst ihr mir Bescheid sagen aber da kann ich nichts dafür Leute glaube P hostile nein 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 die 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 Fluss fängt es aber für den RL anzuregnen Rund um okay schon habe ich jetzt auch wieder genug es ist so okay so ein bisschen kann ich jetzt nicht nehmen ich weiß dies ist eigentlich keine die und ich wurde von so das ist echt dann gehen wir mal weiter da da r 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 Oh, 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 oh. die 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 sie haben sich verbindet um mich zu ermorden das ist ja wohl als an 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 denn du musst da das was ich mir nicht geben diese Episode endet hier noch nicht Hier komme ich! Okay, und wenn diese Episode 40 Minuten dauert, an den will ich mich jetzt noch rechnen. Da koche ich jetzt gerade ziemlich. Und wenn ich anfange zu kochen, bin ich unberechenbar. Ich werde euch durch die Macht meiner Nacht allein dadurch, dass ich euch anschreie zur Hölle schicken. Noch Fragen? Jetzt... Um es mal wie in Age of Wonders 3 zu sagen, ihr habt einen schweren Fehler gemacht. Euer Reich wird fallen. Warum bist du so schnell? Wieso bist du so schnell? Verdammt! Das sollst du mir büßen. Alter, wenn ich diesen Raum geschafft habe, beende ich die Episode. Aber dazu muss ich den da noch aus dem Weg räumen. Dieses kleine... Nein, dieses... Hier gucken auch Kinder. Eventuell sind auch Kinder zu. Das kann ich nicht sagen, aber... Es ist jedenfalls sehr jugendfrei, was ich hier sagen will. Ihr könnt euch so ziemlich alle Schimpfwörter zu der Welt aneinander rein. Das ist nur die halbe Wahrheit, was ich hier gerade denke. Hatte ich erwähnt, dass ich... Meiner Meinung nach dem Flugsturm bin ich... Das schlau ist zu mir, aber wenn man das nicht so überlegt haben will. Das schlau ist zu mir, das ist die Trauerung, das ist die Trauerung, das ist die Zeit, die Trauerung sind für die Fraktion. Sie haben noch nichts vorgestellt. Der Trauerung ist für die Trauerung, dass Sie das nicht so überlegt haben. Ich bin schon ein paar Jahre lang municipal, um die Pferde zu können. Ich bin schon ein paar Jahre langciónlichなmerksam. Ich bin schon ein paar Jahre langfristige Tatsache und der Trauerung ist für die branche. Und ich bin schon ein paar Jahre langfristige Dann gehen wir jetzt hier rauf. Okay, hier ist auch nichts. Aber ich bin ganz schön geschafft. Diese Map fordert meine Fähigkeiten aufs Äußerste und den PvP-Pack. Der Fester, so werde ich mich. Hier hinstellen. Und hier die Episode beenden. Ich hoffe, ihr seid auch nichts. Damit dabei, wenn wir Bösse vernichten spielen, aka Bösse versenken. Und ich wähle... H1. Und damit habe ich Hero Bride versenkt. Alter, dieses Gesicht, das ich gerade mache, gefällt mir irgendwie. Ja. Ich bin... Ich bin sofort der Typ, der sagt, lass die Pannen drin. Die Leute werden sie lieben. Dann muss man wenigstens keine Bluepass mehr machen, wenn man einfach alle Pannen drin lässt. Außer man will irgendwie einen Film oder sowas drehen. Dann wäre es eigentlich besser, sagt ich Schieflaufen rauszuschneiden. Somit ist bei vielen Schieflaufen. Wenn mal so eine Kleinigkeit ist, die man einfach so überspringen kann, dann geht's noch. Aber wenn irgendwie viel ist, dann würde ich das alles rausschneiden und in Bluepass tun. Es ist auf jeden Fall... Also ich würde es nicht in Bluepass tun, weil... Ja. Kommt drauf an. Ich kenne zwei verschiedene Arten von Bluepass. Das eine ist Boses Scherge. Und das andere ist der... Eine ist halt... Keine Ahnung, wie man was lernt ist. Und ja, der ist viel zu cool, als dass man irgendwas in den reinstopfen will. Wenn ihr versucht, irgendwas in Bluepass reinzustopfen... Also in den Bluepass... In einen von den Bluepass, die ich kenne, reinzustopfen, dann werdet ihr es bereuen. Dann werde ich euch auseinander nehmen und nicht nur ich. Bei dem von Super Mario kriegt die... Für den Sichersten vermutlich noch mit Bowser zu tun. Und ja, bei dem... Atlantischen hätte ich beide gesagt. Sagt ja, ich glaube, dass... Ein Kind, das nicht gefallen wird. Aber jedenfalls... So spät ist es doch noch gar nicht. Aber ich habe immer irgendwie was in den Augen. Und ich bin auch dauer müde. Also... Naja, wir sehen uns... In der nächsten Episode, wenn es wieder heißt. Lasst uns diesen falschen Herobrine zerstückeln... Zerfetzen und ihn zu Konfetti zern... Brrrl... Ihr wisst schon. Wir sehen uns...